Fassungslos machen sich die Frauen am Ostermorgen auf dem Weg zum Grab Jesu. Fassungslos über seinen Tod und ihre Fassungslosigkeit steigert sich ins Unermessliche, als sie sehen, das Grab ist leer und der Stein ist weggerollt. Ich und vielleicht auch Sie sind in dieser sogenannten dritten Welle der Corona-Pandemie vielleicht auch oft fassungslos. In den letzten Monaten die Unsicherheiten, die Ängste, die Trauer, die Krankheiten, auch mit der Hoffnung, dass die Impfung uns jetzt weltweit weiterhelfen kann. Ostern lässt sich nicht begreifen. Die Fassungslosigkeiten können wir oft nicht erfassen. Wir können sie nur tragen und miteinander ertragen. Trotz aller Fassungslosigkeit und Angst schwingt Gottes Liebe in uns und zwischen uns und er lädt uns ein, in diesen Ostertagen mit ihm aufs Neue aufzustehen. Am Grab sind die beiden Engel. Sie weisen die beiden Frauen darauf hin. Sucht Jesus nicht bei den Toten. Er lebt. Und die beiden Engel schicken die Frauen zurück in ihren Alltag, ins Leben hinein. Wo muss ich dort aufstehen für das Leben? In all meinen Fragen, meinen Ängsten, meinen Sehnsüchten und meinen Träumen. Das ist die Zuversicht, die uns das Osterfest geben kann und wozu uns Ostern anstoßen kann. Denn lassen wir uns auf ihn ein, dass er mit uns und für uns lebt? Jesus ist ein Gott zum Anfassen. Er hat uns sogar seinen Wunden gezeigt. Er hat uns seine Verwundbarkeit nicht vorenthalten. Denn er möchte uns die Größe des Ostermunders nicht nur zeigen, er will es erfassbar machen. Denn Gottes Liebe lebt und das Leben siegt. Und in diesem Sinn wünschen wir Ihnen noch im Namen des Bonifatiuswerkes ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und bleiben Sie gottbehütet. Und bleiben Sie gottbehütet.